So Freunde, ich habe mir heute mal wieder Unterstützung besorgt. Du machst mal Verstärkung. Verstärkung, ja. Habt ihr schon mal gehört? Mein bester Freund, der Spitzname Teddy. Und meine Freundin ist auch wieder dabei. Allerdings diesmal nicht im Skype, sondern direkt hinter mir. Jetzt sind die da... Ich habe keine Uhr. Das ist jetzt ein Problem. Wir haben jetzt 20... 20 nach, sagen wir mal 20 nach. Ungefähr 20 Minuten will ich jetzt am Stück aufnehmen. Und guck dann mal, ob ich da 2x10 Minuten mache oder 1x20 Minuten. Die sind jetzt nur dabei, um mich ein bisschen auszulachen. Richtig. Was wir ja nur am besten können. Ja. Cool. Was ist... Ey, das ist Donkey Kong. Ich wollte es gerade sagen. Irgendwie erinnert mich das auch da dran. Aber total. Das ist original aus Donkey Kong nachgemacht. Ja, aber guck dir das mal an. Da hatte jemand ein paar Probleme mit den Sprites. Ah. Ja, ich denke mal, das hat sich nicht... Ja, das hat sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Vor allem, dass die die Fässer hier mit eingefügt haben. Boink. Ich versuche es... Das hat gehangen. Ich versuche es gar nicht auf die Stacheln zu treten. Ich denke mal nicht, dass das funktioniert. Ne. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Was? Ein paar Mal zu speichern, dass ich nicht nur auf den Vorn anfangen muss. Ja. Safe State. Was sollen wir da jetzt sagen? Safe State. Das ist meiner. Safe State. Für jetzt. So. Was ist deiner? Safe State, Safe State, Safe State. Da guckt einer viel zu viel meine Video... Wie kommst du denn da drauf? Das war jetzt wieder dämlich. Komm her, du. Tue ich mir äußerst selten. Ja. Bam. So. Die Musik ist aber auch aus Donkey Kong 2. Ich hatte doch im letzten Part erst ein bisschen was geklaut, das von... Uuua. Donkey Kong. Oh. Dieses komische Quetschschloss. Ich sollte noch ein bisschen speichern. Genau deswegen... Warum springst du eigentlich immer in die Stacheln rein? Ich kann doch nichts dafür. Sie ziehen mich an. Sie sind magnetisch. Das war dämlich. Man merkt es. Ja, sprich es ruhig aus. Das war dämlich. Dämlich. Mein Wort. Dämlich. Dämlich. Wie war das? Je öfter man... Die haben wirklich eine magische Anziehungskraft. Ich merke es gerade. Je öfter man ein Wort ausspricht... Desto dämlich. Desto... Das gibt es nicht. Ich sollte... Vielleicht haben wir zwischendurch in den Fässern speichern. Kommt, gehen wir mal oben entlang. Und... Ums. So, jetzt. Aber ihr habt doch bestimmt früher auch Mario gespielt, oder? Sicher. Aber das spielt definitiv nicht. Nee. Geht ja auch nicht. Das ist ja auch ein... Wir haben ein normales genommen. Ja. Das... Hab ich auch... Fässer. Nicht Schildkröten. Die sind nicht zum Fliegen da. Ja. Also ihr merkt schon, die doofen Sprüche von mir kommen nicht von ungefähr. Nein, damit hat er mich damals angesteckt. Das stimmt. Du mich aber teilweise auch. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter treffen. Ich bin unschuldig. So. Weiter. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war daneben. Nochmal. Das war ein Treffer. Das war kein Treffer. Okay, wie geht der jetzt? Ach, da oben links ins Wasser will ich gehen. Nicht... Och. Immer diese scheiß magnetischen... Ja, ich merke es gerade. Ich will nicht zurück. Machen wir dich nervös. Au. Au. Ihr merkt es, heute ist Au sein Lieblingswort. So. Ach, da war ein Pilz. Cool. Ich brauche Anlauf. Äh. Das war gemein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das ist so öfters. Hey. Wo. Das war Glück. So. Kannst du natürlich auch nehmen. Das war können, hast recht. Ich überlege gerade, ob das sogar im Original-Level ist. Ja. Sag mir doch einer, dass ich da auch drücken muss. Äh. Warum lag das heute so? Ähm. Okay. Man erkläre mir... Moment. So nicht. Das muss so gehen. Ah, Moment. Ich hab da eine Idee, wie ich drücken muss. So. Auch nicht. Hä? Wie soll das... Wie soll das funktionieren? Leute. Ich hab da weggekommen. Konntest du da irgendwo durch... So. Jetzt hängt's wieder. Hm. Das skype ich mal nicht und es hängt trotzdem. Ah. Ich glaub, das Java-Update ist offen. Ich geh mal einfach mal zurück. Auch wenn ich nicht glaub, dass es... ...was bringt. Ah, okay. Hm. Dämlich. 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 Ich bin wieder... Ich bin wieder zu ungeduldig. So. So. Du hättest dich hochfliegen lassen müssen. Du musst dich hochfliegen lassen, dass du dich vielleicht drannöpfen kannst. Ha 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 ha. So, Moment. Nein. Na komm, flieg hoch. Flieg hoch. So. Und speichern. Ah. Leute. Ich war schon kurz davor... ...dieses Spiel... ...abzubrechen. Aber hab ich mir gedacht, iss nicht. Sonst heißt es, du bist feige. Das blöde ist auch, dass man die Schildkröte da oben nicht sieht, ne? Ja, natürlich, aber... Weil es nicht scrollt. Warum? Aber merkt ihr das? Ich komm jetzt noch nicht mal mehr drüber. Bist du klein oder groß? Moment. Ich bin klein. Oh, da lass man klein aber aufhören. Wartet mal kurz, ich muss mal... Ich komm ja noch nicht mehr zurück... ...in das Fass da unten. Moment. Moment. Ich muss mal ganz kurz was schauen, ob meine Kasten, genau, Tasten richtig eingestellt sind. R ist da und L ist... ...müsste... ...da sein. Okay. Warum kann ich denn nicht zu... Ah, jetzt geht's. Versuchen wir es doch... ...einfach mal so. Nö, auch nicht. So komm ich nicht rüber. Hm. Ja. Mom... Moment. Nee, das funktioniert so auch nicht. Das ist komisch. So. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, ich mach den... Schau mal bitte auf die Uhr. Halb. Wow, 10 Minuten verplempert und kein Stück weitergekommen. Das nenne ich doch mal Fortschritt. Jetzt werde ich schon massiert. Sehr schön. Wo bin ich denn... Jetzt sag... Doch. Nee. Ich glaub's jetzt nicht. Ich glaub es nicht. Er glaubt es nicht. Er glaubt es nicht. Du darfst lauter reden. Ich darf lauter reden? Ach, wie süß. Hm. Die Musik geht einem irgendwann auf den Keks. Und deswegen schlägt der Foxy so gern am Fass vorbei. Am Fass vorbei. Du hast weniger Sinn, wenn du aufnimmst. Stimmt. Na. Ah. Warum speichere ich nicht einfach mal, wenn ich im Fass drin bin? Weil ich nicht mehr reinkomme. So. Die Münzen sind eine Falle. Haben wir schon gemerkt. So. Die Dornen tun weh. Haben wir auch gemerkt. Runterfallen tut auch weh. Haben wir auch gemerkt. Ja. So. Das war... Aha. Du solltest oben lang. Glaub ich auch. Weil vorhin bist du nicht oben lang. Ich bin vorhin doch eine ganz andere Richtung. Ja. Ähm. Moment. Wieso bin ich jetzt dran vorbeigekommen und vorhin nicht? Weiß ich nicht. Ich glaub, das ist auch... Da vorne kommst du hoch. Ja. Moment. Lass dir Zeit. So. Das war mal wieder ein schönes Lachen. Man sollte auch... ...ins was springen und nicht dann vorbei. Und nicht zweimal vorbei. Und vor allem nicht dreimal. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Oh. Es scrollt mit nach oben. Ein Pilz. Den ich... Hm. Das ist jetzt die Frage. Brauche ich den hier? Oder da unten? Ich bräuchte es noch vielleicht nicht. Lauf doch mal rüber und guck doch mal in die andere Richtung. Warte mal. Meinst du da rüber? Da komm ich nicht durch. Sehe ich schon. Wie fühl denn das Fass? Ja, jetzt war ich drin und hab geladen. Sollte man nicht machen. Versuchen wir es nochmal hier unten. So. Weil so komm ich hier definitiv rüber. Aha. Aha. Das kommt mir alles so bekannt vor. Aber was ist ja im Grunde jetzt schon? Kann nicht sein. Ich bin wohl in die andere Richtung. So. Na komm. Eben hat es auch funktioniert. Dann. Gehen wir. Fall mal ein paar Mal. Wir haben Fass vorbei. Mal wieder. Okay. Selbes Spiel wie eben. Vorsicht. Vorsicht. Ja. Aber du kamst davon da. Nein. Kam ich eben nicht. Guck mal. Da hängt... Ich kann ihn mit ins... Wie logisch. Der will auch mal fliegen. So. Das war daneben. Springt ins Fass. Das war wieder daneben. Das war... Nicht genug Anlauf würde ich mal sagen. Na komm. Jetzt. So. Speichern. Und in die Dornen. Und in die Dornen. Und in die Dornen. Und wieder. Und wieder. Jetzt bist du da oben. Sag jetzt nicht. Tatsache. Ich bin wieder zu... Zu schnell. Du bist wieder zurückgelaufen. Ich verstehe diesen Level nicht. Das Blöde dabei ist... ...dass es zeitlich begrenzt ist. Wenn man oben rechts in der Zeitanzeige sieht. Und dass ich wieder zu schnell... ...bin. Das ist... ...zu sehr viel schnell. Äh. Höh. 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 Das war knapp. Was war das denn? Dornen. Das wären wieder Dornen gewesen. Wo willst du die ganze Zeit hin? Ich drücke gerade... ...sämtliche Knöpfe. Und zwar genau die, die ich nicht brauche. Sehr logisch. Autsch. So. Hier rüber. Boing. Ich will nicht zurück. Warum springst du ja die ganze Zeit zurück? Oder springst du in den Boden? Keine Ahnung. Ich bin zu... Ich hab einen nervösen Finger. Das ist kein Loch mit dem doppelten Boden. Da fällst du runter. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich wollte es dir nur nochmal sagen. Bevor du es vielleicht nicht weißt. So. Hier waren wir vor... Ja, die zwei fliegenden Schildkröten kenne ich. Nicht persönlich, aber... Ah, da kann ich aber auch so hinkommen. Warte mal. So. Na, wenn ich mich nicht ganz so dämlich anstelle. Na, so geht's auch. Das war jetzt Kunst. Das war Können. Jo. Wir nennen das Glück. Guck mal her. Nimm doch einfach die Schildkröte mit. Guck mal her. Hatt dich vor. So. Aber nun bin ich wieder an der Stelle hier. Da war ein Piz. Den hab ich gesehen. Ah, ah, ah. Oh, Zeit. Jetzt sollte ich mal hoffen. Ja, jetzt werde ich nervös. Ja, dann wird doch nicht nervös. Hehehe. Hehehe. Da bin ich vorhin nicht rübergekommen. Also, jetzt wissen wir, wie es geht. Wir brauchen hier einfach nur einen Pilz. Das ist nicht nervös. Doch. Hast du doch gesehen. Ja, wir sind ein bisschen wortkarg. Wir haben alle was getrunken. Haben wir. Haben wir. Heute noch nicht. Echt? Ja, wir haben alle was verzogen. Boah. Geht bloß weg. Ich muss mich beeilen. Ui. Boah, und ich krieg noch einen Bonus-Game. Die ich nicht kann. Hehehe. Hehehe. Aber ich hab's noch innerhalb der 20 Minuten geschafft. Oder? Wie viel... Wie... Ja. Sehr schön. 18 Minuten. Sehr schön. Kann ich mich gleich dransetzen, denn... Da ist der Pilz, da ist der Pilz, da ist der Pilz. So viel dazu, dass ich dieses... Hehehe. Hehehe. It's a me. Also jetzt sollte ich eigentlich wieder genug Leben haben, um das ohne zu... Das ist Wahnsinn. Ja, das sollte eigentlich wieder funktionieren ohne Safe States, aber... Nein. Safe States. Safe States. Safe States. Das ist mir ja krank. Komm, ich werde mir jetzt aber trotzdem nochmal schnell... Moment, ich will jetzt erstmal wissen, wo es dahin geht. Ach, bist du mal wieder neugierig? Ich bin jetzt erstmal neugierig. Gierig. Du bist nicht neu, du bist nur gierig. Magical Sky. Oder auch genannt, neugierig. Mhm. So, ich werde jetzt mal ganz kurz vorspulen, damit das ein bisschen schneller geht. Das ist aber zurückspulen. Nein, das ist vor. Da, da, da. Will ich immer den langen Weg laufen. Warum laufe ich jetzt da runter? Ich wollte mir eben nur nochmal schnell einen Yoshi holen. Zur Sicherheit. Auch, was ich auch schon im Skype gemacht habe. Hast du ja letztes mitgekriegt. Ja. Meine kleine Schummelei mit Yoshi. So. Ja. Und den Pilz will ich haben. Und raus. So, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart. Keine Ursache, ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Ja, hatten wir alle nicht. Deswegen habe ich einen Part aufgenommen. Im Grunde genommen ist es so. So, also. Im nächsten Part versuche ich dann mal hier den Secret Exit zu finden. Hier und da. Ja, ich habe mir schon, äh, oder bin ich neugierig und gehe mal in den Himmel. Das ist eh neugierig. Naja, gucken wir mal. Also, weil er wohnt das nächste Mal in den Himmel zieht. Hm. Ich glaube, ich kann fliegen. Naja, ich muss erst mal, äh, gucken, wo hier diese Secret Exits sind, weil ich habe da auch keine Hinweise drüber gesehen. Wobei hier könnte ich es mir vorstellen. Da nicht und da auch nicht. Hm. Naja, okay, sehen wir dann im nächsten Part. Ich werde... Erstmal zurückspulen, weil ich eben auf den Tassel gekommen bin. Und, äh, werde den Part jetzt beenden. Dann sage ich mal, tschau, ihr könnt auch noch mal tschüss sagen. Ja, tschüssi, vielleicht hört man sich mal wieder. Ja, ich bin gerne leise. Bis gerne leise, ne. Ciao, ciao.